Gruß! Heute beginne ich eine neue Videoreihe über die russische Revolution und den darauf folgenden Bürgerkrieg. Das Ganze ist deswegen interessant für uns, da es sehr eng mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Es wird uns helfen, die Wissenslücken zu füllen, die existieren, wenn man diese Geschichte außer Acht lässt. Folgende Fragen sollen beantwortet werden im Rahmen dieser Reihe. Wieso haben die Menschen in Russland eine Revolution begonnen? Wieso verlor Russland im Ersten Weltkrieg, obwohl es auf der Seite der Sieger war? Wieso kam es zu einem Bürgerkrieg? Wieso kamen die Sowjets an die Macht? Wenn wir das Ganze durchgegangen sind, werden wir auch die heutigen Geschehnisse viel besser verstehen können, was und wieso passiert auf der Welt. Viel Spaß beim Zuschauen und Lernen. Um die Geschichte der russischen Revolution zu verstehen, müssen wir ganz weit hinten anfangen. Wir müssen die Ausgangslage kennen. Eine Erscheinung namens Leibeigenschaft. Eine Art Sklaverei. Nicht ganz so schlimm wie die richtige Sklaverei, aber dennoch nicht angenehm. Es verbat den Bauern sein Heimatdorf zu verlassen. Es war eine Begleiterscheinung des Feudalismus, der Gesellschaftsform des Mittelalters. Das, was es vor dem Kapitalismus gab. Aus dem römischen Imperium entstand im 5. Jahrhundert chronologisch das Frankenreich, nicht zu verwechseln mit Frankreich. Dieses musste, wie jedes normale Reich, ständig Kriege führen. Mal kommen die nervigen Nachbarn aus dem Osten oder die Skandinavier aus dem Norden oder ein Aufstand im Inneren des Reichs, ist auch schon mal vorgekommen. Kurz gesagt, der Bedarf an ständiger Militärstärke war da. Die Basis für das fränkische Heer bildete die Infanterie. Alle Männer mussten beim Aufruf die Waffe nehmen, die sie besaßen und an einen bestimmten Punkt gehen, um dort mit wechselhaftem Erfolg zu kämpfen. Im Prinzip gab es hohe Mobilisierungsvorteile, da grob gesagt jeder zweite Mann ein Krieger ist. Doch das Reich wuchs immer weiter und vereinte fast das gesamte Westeuropa im 8. Jahrhundert unter sich. Somit wurde die Infanterie zu langsam, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Denn die Infanterie ging zu Fuß und ein Mann zu Fuß macht im Schnitt 5 kmh. Des Weiteren kamen immer mehr ausländische Krieger in das Heer, die in ihren Kampfeigenschaften sich voneinander stark unterschieden. Die Effektivität solcher Truppen fiel drastisch herab. So wurde das Reich zwar immer größer, aber die Kampfkraft der Krieger wurde immer kleiner, da man an den nötigen Ort nicht genügend starke Krieger zusammenbekommen kann. Manchmal kann man sogar gar keine Krieger dorthin schaffen, da sie einfach zu langsam sind und es nicht rechtzeitig schaffen. Dazu kommt noch, dass eine solche Streitkraft nicht sehr lange von zu Hause wegbleiben darf, da diese ganzen Krieger hauptberuflich etwas herstellen oder Felder beackern müssen. Und wenn der Krieg zu lange dauert, dann gibt es im Land eventuell nichts mehr zum Essen. Also wurde eine ständige Streitkraft benötigt, die dazu noch beritten sein sollte, damit sie mobil ist. Die Bewaffnung und die Ausrüstung sollten möglichst einheitlich sein und dem modernsten Stand der Technik entsprechen, um den ständig angreifenden Nachbarn entgegenwirken zu können. Dagegen gab es keine Ressourcenkonzentration mehr wie im Römischen Reich, es konnte also keine Söldnerarmee unterhalten werden. Pferde und die Ausrüstung kosteten unheimlich viel. Niemand konnte es sich leisten. So fand im 8. Jahrhundert der Hausmeier Karl Martell eine Lösung für dieses Problem. Martell gab einem ausgewählten Mann ein Dorf inklusive der Bauern in bedingten Besitz. Sie sorgten dafür, dass der Begünstigte was zum Essen und Trinken hatte. Durch die Ressourcen des Dorfes wird ein Pferd, Bewaffnung und Rüstung gekauft für diesen Mann und seine Diener, deren Zahl abhängig von der Größe des Dorfes ist. Je größer das Dorf, umso mehr Leute kann es versorgen. So konnten die Bauern weiter arbeiten und Nahrung produzieren. Der Krieg wurde den professionellen Kriegern überlassen. Das Schema war also einfach, Krieg für die Krieger, Arbeit für die Arbeiter und Bauern. So wurde das Rittertum geboren. Zu Martells Zeiten im 8. Jahrhundert war es noch vergleichsweise einfach zu einem Ritter zu werden. Wenn du ein großer starker Mann warst und auf einem Pferd reiten konntest, hast du mit deinen Dorfbewohnern gesprochen. Hört mal zu, wer von euch will denn jetzt irgendwo hinfahren und dort zu kämpfen? Ihr braucht es doch gar nicht. Lass mich das für euch übernehmen. So wurde an den lokalen Grafen ein Schreiben verfasst, dass beispielsweise von unserem Dorf jetzt der Hans mit dem Josef das Kämpfen übernehmen. Wir übernehmen ihre Ausrüstung und den Rest. So wurden der Hans und der Josef zu Rittern. Der Graf war sehr zufrieden. Eventuell war das Kämpfen für einen Ritter sogar interessanter, als auf dem Land zu arbeiten. Zumindest wenn er nicht bei einem Feldzug an blutigen Durchfall gestorben oder im Kampf nicht ein Bein verloren hatte. Doch bereits Ende des 12. Jahrhunderts wurde es für einen einfachen Menschen fast unmöglich zu einem Ritter zu werden, also die soziale Schicht zu wechseln. Der Grund lag auf der Hand. Je mehr Ritter ein Dorf versorgen muss, umso kleiner wird der Anteil für jeden der Ritter. Ab diesem Zeitpunkt fängt die Ausbeutung der einfachen Menschen durch die höheren Schichten an. Wenn die Ritter vorher eine nützliche Funktion hatten, so fangen sie jetzt an, das Blut aus den unteren Schichten zu saugen. Das konnte nicht lange gut gehen und endete in blutigen Aufständen. Also, es gab ein Dorf, das einen Ritter ernähren sollte. Dabei sollte der Bauer möglichst in dem Dorf bleiben und arbeiten und nicht in der Welt spazieren gehen. Denn sonst bringt das Dorf weniger Ertrag und die Kampfbereitschaft des Ritters sinkt, da er dann schlechtere, billigere Ausrüstung bekommt. Doch die Kampfbereitschaft soll hoch bleiben, da es im Mittelalter sehr viele hilfsbereite Menschen gibt, die dem Graf beim Ausgeben seines Geldes helfen wollen. Deswegen wird diese Leibeigenschaft geschaffen, die dem Bauern verbietet, sein Dorf zu verlassen. Wenn der Bauer trotzdem weggegangen ist, wurde er gesucht und bestraft. Doch mit der Weiterentwicklung der Gesellschaftsform, vom Feodalismus hin zum Kapitalismus, wird die Leibeigenschaft zu einer Entwicklungsbremse für das Land. Es werden Produktionsstädte gebaut, zum Beispiel eine Werft für Schiffe, also werden Arbeiter gebraucht, die dort Schiffe bauen sollen. Doch sie können aus ihrem Dorf nicht raus, da sie in der Leibeigenschaft sind. Also wird die Leibeigenschaft als erstes in Norditalien gestrichen. Dort gab es große Werfte, das berühmte Arsenal in Venedig zum Beispiel. Norditalien macht den ersten Schritt hin zum Kapitalismus im 12. 13. Jahrhundert. Pisa, Genua und Mailand hatten eigene Hefen. Im neuen Arsenal, das in Venedig im 14. Jahrhundert gebaut wurde, arbeiteten 16.000 Mann. Eine solche Konzentration von Ressourcen konnte man in anderen Ländern erst im 18. Jahrhundert erreichen. Doch dafür brauchte man Arbeitshände, also Bauern, die vom Dorf in die Stadt zum Arbeiten kommen können. Es müssen aber gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, wie freie Mittel, die man zur Weiterentwicklung nutzen kann. In Italien gab es diese, da dort eine Mehranbindung, gutes Wetter, nahrhafte Böden und zentrale Lage gegeben waren. In Frankreich und England hat man die Bauern erst mit der Pestepidemie angefangen, von der Leibeigenschaft zu befreien. Denn erst dann hat man festgestellt, dass es zwar viele Ritter gibt, aber auf einmal nur noch wenige Bauern. Die Ritter hatten schon minimalen Zugang zur Medizin. Sie ernährten sich besser und waren dadurch gesünder als die armen Bauern. Prozentsatz der überlebten Adeligen war größer als der der Bauern. Die Bauern starben wie die Fliegen von der Pest. So stellten die Adeligen fest, dass sie ihre Bauern nicht mehr ausbeuten können, ganz einfach, weil es auf einmal nur noch einen oder zwei davon gibt. Man sollte die Bauern viel eher schonen, sie liebhaben und pflegen. Auch die Bauernaufstände bereiteten den Adeligen Kopfschmerzen. Da bei dem 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich von Mitte 14. bis Mitte 15. Jahrhundert viele Truppen von der Front abgezogen werden mussten für die Niederschlagung der Aufstände. So fing man an, mit den Bauern zu verhandeln und ihnen mehr Rechte zu geben. Ab da ging langsam die Befreiung der leibeigenen Bauern in England los. Diese Entwicklung gab es in Westeuropa, wo im Vergleich zu Russland die Fläche klein ist und daher die Transportwege kurz, was die Transportkosten günstig macht. Das Wetter ist gut und daher der Bodenertrag hoch. Viele Flüsse und ein Mittelmeer, das die Waren auf dem Seeweg sehr günstig zu transportieren erlaubt. Das Ganze geht in Verbindung mit der hohen Bevölkerungsdichte, die als Arbeitskraft, Kampfkraft oder als Sklaven benutzt werden können. Beispielsweise ist die Weidezeit für Pferde in den kleinen Niederlanden um drei Monate länger im Jahr als in Russland. Daher konnte in den Niederlanden eine Pferderasse von der Größe eines Nilpferds gezüchtet werden. In Russland hätte so ein Pferd einfach nichts zum Fressen. Im 15. und 16. Jahrhundert hatte Westeuropa mehr Wind- und Wassermühlen als die restliche Welt zusammen. Eine Mühle im Mittelalter bedeutet Mechanisierung, quasi eine Arbeitsmaschine, die die Effektivität der Produktion erhöht. Aus den genannten Gründen war es in Westeuropa möglich, viele Überschüsse der Produktion in die Weiterentwicklung zu stecken. Von daher ging die Entwicklung des Kapitalismus schneller. In Russland kam der Feodalismus als Wirtschaftsform erst ca. 200 Jahre später als in Westeuropa. Erst im 9. und 10. Jahrhundert sind frühe Anzeichen erkennbar. Mitte des 11. Jahrhunderts bildet sich der frühe Feodalismus in Russland. Zu der Zeit gibt es in Europa bereits richtiges Rittertum. Die Produktivität zu der Zeit lag in Russland so niedrig, dass es einfach sinnlos war, einem Bauern in einem Dorf festzuhalten, wo er sowieso alles selbst auffrisst, was er produziert. Daher gab es kein Rittertum. Die Bauern gehörten alle dem Fürsten und zahlten ihm die Steuern. Die Krieger wurden alle vom Fürsten selbst ernährt und versorgt. Wenn der Fürst seinem Krieger ein Dorf samt der Bauern schenkte, machte er ihn damit zu einem Adligen, Boyar genannt. Die Bauern mussten nun den Boyar ernähren und ihm die Steuern zahlen. Der Boyar seinerseits zahlte die Steuern an dem Fürsten und musste auf Aufforderung Militärdienst leisten. Nebenher gab es in Russland weiterhin auch verschiedene Sklavereiarten, aber nicht so schlimm ausgeprägt wie beispielsweise im Römischen Reich. Im 15. Jahrhundert verlief die Zentralisierung der Macht in Russland unter dem Großfürsten Ivan III, auch Ivan der Große genannt. Also brauchte der Großfürst, wie schon der Hausmeier Karl Mattel im 8. Jahrhundert, eine feste Berufsstreitkraft. Er gab also dem Krieger ein Dorf, welches ihn dann ernähren sollte. Der Krieger wurde dadurch zu einem Grundbesitzer. Der Unterschied zum Vorherr war, dass der Grundbesitzer die Bauern nicht in seinem Besitz hatte. Sie waren immer noch Eigentum vom Großfürsten. Dadurch konnte der Grundbesitzer sich ein Pferd, Waffen und Ausrüstung kaufen und Militärdienst leisten. Im Vergleich zu den westeuropäischen Rittern waren die russischen Adligen arm. Das Wetter ist bei weitem nicht so gut. Die Weidezeit für Pferde kurz. Der Bodenertrag nicht hoch. Transportwege lang. Wenn zum Beispiel die Normandie alleine ganz Frankreich ernähren könnte, konnte ein Bauer in Russland kaum sich selbst ernähren. Da blieb für einen Adeligen nicht viel übrig. Wenn so ein russischer Ritter überhaupt ein Pferd und ein Säbel hatte, war das schon viel. Dennoch war es ein Krieger, der den größten Teil seines Lebens sich im Militärdienst befand. Kriege gab es ständig, also war sein Leben alles andere als ruhig. Im Schnitt waren sie pro Jahr zehn Monate unterwegs. In Feldzügen oder bei den Übungen. Älter als 30 Jahre konnte da nicht jeder werden. Trotz schwerster Verwundungen wurden sie im Dienst behalten. Einäugig, fingerlos oder handlos mussten sie bis zum Tod oder bis ins tiefe Alter dienen. Der Adelige war also jemand, der einen Nutzen für das Land brachte. Es ist verständlich, dass diese Situation für ihn wenig zufriedenstellend war. Er wollte viel eher ein langes und gesundes Leben führen und nichts dafür tun müssen. Insgesamt bildeten die Edelleute eine Militärkraft, die eine Stütze für die Macht des Großfürsten war. Mit der Zeit gewannen sie immer mehr an Einfluss und Reichtum. Bei den Feldzügen hatten sie die Möglichkeit Beute zu machen und Reichtum anzusammeln. Aber zu der Zeit hatte der Bauer noch die Möglichkeit von dem Land wegzugehen. Zum Beispiel in die Stadt zum Arbeiten als Fischer oder in der Lederverarbeitung oder zu einem anderen Adeligen, der besser mit seinen Untergebenen umgegangen ist. Er müsste davor nur seine Steuern bezahlen. Doch ab Ende 16. Jahrhundert wird das Weggehen verboten. Die abgehauenen Bauern wurden gesucht. Die Suche verjährte nach 5 Jahren. Ab dem 17. Jahrhundert wird diese Verjährung auch abgeschafft. Das Gute dabei war, es war noch nicht möglich diese Bauern zu verkaufen. Das hatte aber keine humanen Gründe, sondern diente dem Schutz des Adeligen. Wenn er zum Beispiel sein ganzes Geld beim Kartenspiel verlor, musste trotzdem seine Kampfkraft sichergestellt werden. Er brauchte seine Bauern, die ihn fütterten und seine Kampfkraft aufrechterhalten. Ende 17. Jahrhundert kommt der Peter der Erste oder Peter der Große an die Macht. Er als Großfürst ist der größte Grundbesitzer in Russland und hat somit die meisten Bauern. Um seine Macht zu verstärken und gegen die alten Geschlechter der anderen Fürsten durchzusetzen, formiert er neue adelige Geschlechter und fängt an, diesen seine Bauern zu schenken und zu verkaufen. Somit war der Bauernhandel eröffnet. Das passierte zu der Zeit, als in Westeuropa die Bauern umgekehrt mehr Rechte bekamen. Peter zwang die alten Grundbesitzer dazu, ihr Land und die Bauern an die neuen zu verkaufen. So taten also auch die anderen Grundbesitzer. Zu dieser Zeit nahm die Leibeigenschaft ihre hässlichste Form an. Die Leibeigenen Bauern wurden verkauft ohne Rücksicht auf ihre Familien. Doch zu Peters Zeiten mussten die Adeligen immer noch Militärdienst leisten. Das hörte auf, als Peter III. Ende 18. Jahrhundert die Dienstpflicht für die Adeligen abschaffte. Er erhoffte sich damit ein längeres Leben zu erkaufen, da die Vorläufer sehr oft von den Adeligen gestürzt oder ermordet wurden. Doch auch er wurde vom Liebhaber seiner Ehefrau beseitigt. Die Macht der Adeligen war zu groß geworden. Der Großfürst konnte sich nicht gegen die behaupten. Und als er ankündigte, die Leibeigenschaft abschaffen zu wollen, wurde er beseitigt. Nach dem Ableben von Peter III. hatte seine Ehefrau Ekaterina II. Ekaterina die Große die Schlinge der Leibeigenschaft noch enger gezogen. Sie stellte die Adeligen frei vom Militärdienst. So war ein Adeliger nicht mehr verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Er konnte es zwar machen, wenn er wollte, musste aber nicht. Und da sie von ihren Leibeigenen Bauern mit allem versorgt wurden, manche von ihnen auf einem sehr hohen Niveau sogar, da sie tausende von den Bauern besaßen, hatten die Adeligen ab jetzt nur noch ein sorgloses Leben, lebten wie kleine Götter auf ihrem Grund. Es gab natürlich Einzelne, die ihrem Land dienten und einen Nutzen brachten. Doch leider war es nicht die Regel. Es herrschte also folgende Situation. Die Adeligen besaßen die Bauern. Die Bauern konnten nicht weggehen. Bei Ungehorsamkeit konnten die Adeligen ihre Bauern beliebig bestrafen, zu Strafarbeiten nach Sibirien schicken oder auspeitschen. Wenn der Bauer dabei stirbt, selbst schuld, hätte sich eben besser vorbereiten sollen. Die Adeligen konnten ihre Bauern beliebig verkaufen, zum Beispiel die Frau einem Adeligen, die Kinder dieser Frau einem anderen und ein Ehemann von ihr einem Dritten. Das, was zu dieser Zeit die Bauern von Sklaven unterscheidete, war nur die Möglichkeit zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie konnten sogar kirchlich getraut werden. Die Bauern in Russland waren durch zuvor beschriebenen Bedienungen auch zumeist arm. Das war nicht mit dem westeuropäischen Bauern vergleichbar, wo man durch fleißiges Arbeiten durchaus wohlhabend werden konnte. Wegen dem Wetterrisiko war die Agrarwirtschaft in Russland sehr risikobehaftet. Alle paar Jahre gab es eine große Hungersnot, wenn die Ernte schlecht ausfiel. Doch da es keine Volkszählung gab, weiß niemand, wie viele Bauern wann gestorben sind. Anfang 19. Jahrhundert wurde der Rückstand gegenüber dem Westeuropa immer deutlicher. Es fehlten Arbeitskräfte für die Fabriken in der Stadt. Eine Industrialisierung, die in Westeuropa schon lange angefangen hat, konnte in Russland nicht beginnen. Ein weiteres Problem stellte der Mangel an Ackerland dar. Die Bevölkerung wuchs aber das Land nicht. Somit mussten immer mehr Menschen vom gleichen Land ernährt werden. Da sie leibeigene waren, durften sie nicht weg. Das führte zu mehr oder weniger regelmäßigen Hungersnöten im Land. So alle paar Jahre, wenn die Ernte schlecht ausfiel, starben ein paar Millionen Bauern an Hunger. Da die Industrialisierung nicht vorwärts kam, konnte auch die Agrarwirtschaft nicht weiterentwickelt werden, um die Bodeneffektivität zu erhöhen. Es konnte nicht mehr Nahrung produziert werden. Für effektivere Landwirtschaft müssten die Grundanteile zu größeren Stücken verbunden werden und diese dann mit Maschinen beackert werden. Das Zusammenschließen der Bodenanteile war nicht möglich, da kein Adliger freiwillig seinen Boden weggibt. Und die Maschinen fehlten wegen fehlendem Maschinenbau. Die Adligen bremsten die Landesentwicklung, ohne dass sie einen Nutzen brachten. Sie verwandelten sich in Parasiten der Gesellschaft, saßen im Nacken des Volkes und beuteten es aus. Sie stellten 15% der Gesellschaft dar und machten das Leben der Mehrheit des Landes schwer. Aber sie haben die Bauern nicht nur ausgebeutet. Sie machten ihr Leben einfach zur Hölle. Denn diese Bauern, immerhin 85% der Bevölkerung, hatten keine Möglichkeit für eine Schulbildung. Sie konnten weder lesen noch schreiben. Dazu die ständigen willkürlichen Bestrafungen, Misshandlungen, manchmal auch Morde und Totschläge. Als die Bauern für den Krieg gegen Japan 1905 mobilisiert wurden und eine medizinische Untersuchung durchlaufen mussten, wurde festgestellt, dass 75% von ihnen Narben von Peitschenschlägen am Körper trugen. Doch es kam noch härter. Es zeigte sich bei dem Krieg gegen Napoleon 1812, dass das Land sehr rückständig geworden ist. Die Leibeigenschaft bremste einfach die Weiterentwicklung. In Frankreich gab es keine Leibeigenschaft und dort entwickelte sich die Industrie viel stärker. Anfang 19. Jahrhundert hatte Großfürst Alexander I. ein Gesetz erlassen, laut dem ein Adliger die Bauern befreien kann, wenn er will. Doch fast niemand tat es, da es freiwillig war. Nur in kleineren westlichen Provinzen, wie zum Beispiel Herzogtum Kurland oder nördliches Estland, wurde die Leibeigenschaft abgeschafft. In Westeuropa entwickelte sich bereits Industriekapitalismus in vollen Zügen. Russland steckte jedoch immer noch im Feodalismus fest. Das führte dazu, dass Russland im Krimkrieg 1853 bis 1856 absolut unterlegen war. Vor allen Dingen war eine starke technische Unterlegenheit spürbar. Ein ausgebautes Straßennetz fällte ebenso. Also wurde vom Kaiser Alexander II. im Jahre 1861 nach langen Diskussionen die Leibeigenschaft abgeschafft. Doch Alexander II. legte Wert auf sein Leben und versuchte die Leibeigenschaft so abzuschaffen, dass sie die Adligen nicht hinterrücks abstechen. Es wurde jedem befreiten Bauern eine Zwangshypothek auferlegt. Die Bauern mussten 49 Jahre lang 6% jährlich vom Wert des Grundstücks abbezahlen. Was bekamen sie dafür? Der Adelige durfte ein Drittel des Landes behalten. Zwei Drittel wurden unter den befreiten Bauern aufgeteilt. Somit hängte vom Grundstückswert ab, was die Bauern zahlen mussten, nicht vom Ertrag. Die teuersten Böden waren rund um St. Petersburg, wo fast nichts wuchs. Und irgendwo in der Ukraine war der Boden sehr günstig und dort wuchs alles. Also war hier mal wieder von keiner Schanzengleichheit die Rede. Um es abzurunden, wurde dem Adligen die Wahl überlassen, welchen Teil des Grundstücks er für sich behält. Und welchen Teil die Bauern kriegen? Selbstverständlich kriegten die Bauern die schlechtesten Abschnitte. Durch die Verkleinerung der bearbeiteten Flächen konnte sich die Landwirtschaft überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Stellenweise musste die Beackerung auf zwei Felder Wirtschaft zurückgestellt werden, was dem Stand des 13. Jahrhunderts entsprach, also zurück ins Mittelalter. Dem Alexander II. half es wenig. Er wurde später trotzdem ermordet, blieb aber dem Volk mit dem Beinamen der Befreier in Erinnerung. Da die Landanteile der Bauern sehr klein ausgefallen sind und das Land wenig Ertrag brachte wegen der Degradierung der Landwirtschaft, mussten die Bauern jetzt noch zusätzlich arbeiten gehen. Das Land des Adligen trotzdem noch beackern, um ihre Schulden zurückzuzahlen. Außerdem noch einer Zusatzbeschäftigung nachgehen, wie zum Beispiel in der Stadt Schiffe beladen oder die Männer als Handwerker, die Frauen als Prostituierte. Das alles nur um diese Zwangshypothek zurückzuzahlen. Im Jahre 1906 wurde festgestellt, dass die befreiten Bauern für den Boden bereits den dreifachen Preis zurückgezahlt haben. Die Bauern wurden also komplett ausgebeutet, bis es nicht mehr ging. Erst da wurden die Hypothekrückzahlungen eingestellt, aber nicht aus freiem Willen, sondern weil es 1905 zu großen Unruhen kam. Am 9. Januar 1905 versammeln sich die Menschen und gehen zum Kaiserschloss. Doch die Truppen vor dem Schloss haben den Befehl zum Schießen. Diese Demonstration wird mit Gewalt niedergeschlagen. Das war der blutige Sonntag, der Unruhen im ganzen Land nach sich zog. Diese teilweise bis 1907 andauernden Unruhen werden auch die erste russische Revolution genannt. Der Ausgangspunkt dieser Revolution war der russisch-japanische Krieg, der am 27. Februar 1904 begann. Dabei wurden diese armen, ausgebeuteten Bauern in die Armee eingezogen und ans andere Ende der Welt getrieben, in ein anderes Land, damit sie dort zu Hackfleisch verarbeitet werden. Die Verluste betrugen über 80.000 Mann. Nicht eine einzige Schlacht wurde gewonnen. Verkrüppelte Soldaten kehrten zurück in die Heimat. Wir können also zusammenfassen, dass durch die Leibeigenschaft die Reichen versuchten auch weiterhin reich zu bleiben, ohne was dafür tun zu müssen. Daher blieben die Armen arm oder wurden noch ärmer, ohne jegliche Chance auf eine Besserung. Schlimmer noch, das Land blieb deswegen auch arm und zurückgeblieben. Die Industrie konnte nicht ausgebaut werden und das Russland blieb im Großen und Ganzen, ein Agrarland. Es blieb im Feudalismus stecken, während in Europa schon lange Kapitalismus herrschte. Das war ein Ausblick für euch auf die Lebensbedienungen in Russland, die Behandlung der Armen durch die Reichen, damit ihr das mit den Bedienungen in Westeuropa vergleichen könnt. In der nächsten Folge wird es voraussichtlich um die Vorgeschichte zum Ersten Weltkrieg gehen. Von euch möchte ich noch einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video, damit diese Arbeit nicht umsonst ist. Für die nächste Folge benötige ich von euch 500 Daumen hochs. Also bleibt dran und macht es gut. Bis dann!